Ich werde zu nichts zu gebrauchen sein auf dieser Reise. Die Reise für die Gute und Tata. Genosses sind die Panzer unterwegs in die Cs. Slowakei? Bitte folgen sie uns. Moment mal, warum? Das ist ihre vorübergehende Schlafstätte, bis ich die Situation entspannt habe. Ich bin Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie können mich nicht so behandeln. Nimmst du mir das mit nach Knücheln? Im Wohnkollektiv ist jeder willkommen zu jeder Zeit. Max? Und Lenin? Wir wollen uns freilegen, so wie ihr. Du hast ja keine Ahnung. Wir sind Sklaven des Kapitals. Das hier ist kein Urlaub. Schau mal in die Augen und sag mir, dass du zurück willst. Schade, 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 Schade. Stabilist und Zagabang Kalinka, 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 Malen, Umein, Klaus, Rikitschok, Stabilist und Zagabang Kennen Sie die Beatles-Genosse? Strawberry Fields Forever ist Englisch und heißt überall nur Edbelfelder. Für mich singen die von einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft.